Wie lange denn noch warten? Wovon redest du? Ich will endlich ein Ritter sein. Boah, so langsam kann ich das echt nicht mehr hören. Boah, das werde ich doch nicht schaffen. Ach. Hälte dich doch einfach bei dem König. Du bist einer der besten Kämpfer. Das klappt nie. Versuch's einfach. Na gut. Guten Tag, mein Herr. Du, Sir, was willst du hier? Das, was ich schon seit Monaten wollte. Und was? Ich wollte zum Ritter geschlagen werden. Warum hast du mich das nicht schon vorher gefragt? Ich dachte, dass ich deswegen hingerichtet werde. Nein, warum solltest du? Komm rein. Ich schlage dich nun zum Ritter. Ihr Mann ist tödlich verunglückt. Na! Es tut mir leid. Es war ein Missgeschick. Vielen Dank. Jetzt nervt er wenigstens nicht mehr so. Das war Zombiewelt Teil 1. Teil 2 kommt demnächst. Auch wenn's noch lange dauern kann. Bewertung freut mich übrigens auch.